Guten Tag, mein Name ist Sonja Weibler vom Biolandhof in Münzingen-Auingen. Wir sind in der Selbstvermarktung tätig, hauptsächlich unser Leinsamenöl ist bekannt, alte Getreidesorten, Linsen, Essig, wir haben auch original Braunvieh im Stall, wo man bei uns Fleischpakete kriegt. Sie können mich gerne besuchen in unserem Hofladen. Der ist geöffnet Donnerstag und Freitagnachmittag. Dankeschön.